Der Recaro Montanova IS bietet ein Rundum-Komfort- und Sicherheitspaket zum Wohlfühlen und vor allem zum sicheren Mitfahren. Und das über einen besonders langen Zeitraum, ab Gruppe 1, ca. 9 kg, bis zum Ende der Kindersitzpflicht mit 12 Jahren, ca. 36 kg. Babys, die gerade mit ca. 9 Monaten in die Gruppe 1 wechseln, werden nach vorne mit dem Fangkörper abgesichert. Er findet festen Halt zwischen den Armlehnen und der Sitzfläche. Der Gurt verläuft durch die spezielle Führung und hält sowohl ihr Kind als auch den Sitz in Position. Der weiche Fangkörper besteht aus extrem energieabsorbierendem Material. Zusätzlich ermöglicht er bei einem frontalen Unfall eine Abrollbewegung, die den Nackenbereich entlastet. Die Isofix-Rastarme verbinden den Kindersitz besonders stabil mit der Fahrzeugkarosserie. Sie klicken fest im Isofix-System ein und zeigen Ihnen den korrekten Einbau an den Farbindikatoren an. Durch die zuverlässige Verbindung werden die Belastungsweite für Ihr Kind bei einem Unfall zusätzlich verringert. Aber auch bei einem Seitenaufprall ist für Sicherheit gesorgt. Der durchgängige Seitenaufprallschutz besteht aus mehreren Komponenten, die zusammen für ein Plus an Sicherheit sorgen. Seitliche Lamellen und Crashpads absorbieren die Energie bei einem Seitenaufprall im Schulter- und Brustbereich. Die Hüfte wird durch die festen Armlehnen geschützt, die nebenbei für Sitzkomfort sorgen. Abzäuger dem 18. Lebensmonat entfernen Sie den Fangkörper und sichern Ihr Kind mit dem Dreipunktgurt ab, der durch die spezielle Führung an der Kopfstütze und über den Sitzbereich verläuft. Mit zunehmender Körpergröße Ihres Kindes können Sie die Kopfstütze ganz individuell über elf Stufen anpassen. Die seitliche Skala hilft Ihnen dabei, die Kopfstütze perfekt auf die Größe Ihres Kindes anzupassen, sodass der Seitenaufprallschutz sicher Kopf, Schultern und Hüfte abschirmt. Sie werden erstaunt sein, wie viel Komfort der Kindersitz Nebensicherheit zu bieten hat. Der Polstersitz aus Formschaum passt sich leicht an. Doch etwas ganz Besonderes ist das Air Circulation System. Über das Netzmaterial an den Seitenflügeln wird die Wärme in den Sitz geleitet und von dort über die Belüftungslamellen nach außen abtransportiert. Für die Erholungsphasen können Sie die Kopfstütze über ein Luftkissen in der Neigung nach hinten verstellen. Der Kopf bleibt durch die bequeme Ruheposition beim Schlafen in der sicheren Zone der Kopfstütze. Danach können Sie das Kissen einfach wieder aufpumpen. Zum Entspannen können Sie einen MP3-Player oder Ihr Handy mit den integrierten Lautsprechern in der Kopfstütze verbinden und die Lieblingsmusik oder das Kinderhörspiel abspielen, sodass Sie vorne entspannt Radio hören oder sich unterhalten können. . . . . Vielen Dank.